hallo herzlich willkommen bei gta 5 online gönning stund und heute spielen wir stund h 200 jaja mit ganz vielen leuten 3 6 9 13 9 oder so und ich nehme heute den massacro oder ich glaube ich muss den massacro nehmen oder der ist ganz schnell ich habe keine ahnung die machen also eine andere farbe drauf was für eine farbe ist schön ich weiß es nicht gut sieht er ganz geil aus oder weiß auch egal wie nehmen wir einen ganz rot so geil sieht geil aus den ganz roten was hat denn der prinz karneval neben mir sieht er aus geil oder so fangen wir jetzt an ich glaube ich bin ganz vorne oder ganz vorne meine freunde xero gas ok ja richtig geil ich stehe jetzt vorne das heißt zero und da gehen wir nein nein ist nicht so schnell hier geht das auch richtig schief hier geil 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 ja 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 ich bin jetzt im wasser gekommen das ist mir richtig geil ich merke ihn ein paar kleine kräftige das stimmt hier zu schnell siebte platz die sind fast alle hinter mir jetzt wir müssen jetzt aufpassen das ist auch schon hier mit wasser kannst du ja richtig bremsen soo jetzt direkt hier ja super sind wir jetzt wieder achter geworden mal gucken ob wir das schaffen fünfter zu werden alter gott ein scheiß wasser hab ich gar nicht geguckt neunter platz jetzt ahhh geil ja achter platz siebter ja die sind schön sechster und fünfter platz ist vorne geil sechster platz jetzt müssen wir das geben meine Freunde wie das ist der vierte platz schon hohohoho vierter platz geil oder boah wir sind jetzt auf vierte platz meine Freunde wir haben es geschafft wir haben ein paar becken weggeballert das sieht doch geil aus hier ich kann jetzt mit dem Schmuck hier soo da kann alles noch passieren alter alter ja das siehst du auch wieder soo da wir sind nach rechts nicht zu schnell hier und haben im Glück wie alter ja dankeschön wir haben mir geholfen der hat mich schön abgestupst aber der ist jetzt hinter mir der kommt bestimmt anschlupst jetzt wir sind alle hinter mir jetzt hahaha der hat das nicht geschafft meine Freunde wir sind jetzt vierte noch wir müssen aufpassen für das Wasser geil ah jetzt ist er hinter mir ja ja der versucht mir abzuballern fuck man der hat mir da weggeballert Alter ich hab zu viel Schwung gehabt jetzt bin ich einmal achter neunter jetzt bin ich effizienter da sind alle so nah dran hier ja geil 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 sind jetzt neunter du musst aufpassen nein geil ich bin jetzt achter scheiße ey die haben wir da weggeballert vor vielleicht wollen wir noch achter aber wir waren vierte ey das kann doch nicht sein oder man, 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 man ja, wir kriegen die schon ja, jetzt ist es schön hier geil hahaha achter Platz jetzt wir kommen immer näher dran da sechster Platz wird's schwierig, weil wir haben dann Fehler gemacht und die ist fast schon am Ende eh, der ist schon eh, der ist schon der ist schon da ja, leider Schiffner wieder nicht aber egal oh, da gehen wir schon hier der zweite Platz ist auch schon gefinisht die kommen da rein ja, die kommen da schon rein geil es ist immer noch abwarten ob das irgendwie gut geht oh ja, ja Hello, my friend ja, ja, ja my friend siebte Platz das ist einer exportiert ja, ich die bringen vollgas meine Freunde ja, fünfte Platz sechste Platz das heißt ich würde keine sechste Finish ist da so, dann kommen wir wir sind schon gefinisht auf der siebte Platz ja, geil wir waren erst mal vierte aber ja durch den fehler leider nicht geschafft aber nicht schlimm sind ich keine vierzehnte geworden und irgendwie sind wir gefinischt doch ja vier sekunden das ist vorbei ja jetzt ist es ja geil vierter platz ist ja nicht schlimm 4-0 bei 40 sekunden haben ein geld gekriegt 6.000 dollar bisschen aufgerenkt und wer ist erster geworden ich bin gespannt ja ich hoffe ihr habt es gefallen und wahrscheinlich eine schöne runde und ich hoffe ihr abonniert meinen kanal und bleibt mein video und vielleicht sehen wir uns im nächsten wenn und wieder fünf und ich wünsche uns bye bye